In diesem Video geht es um die Rolle der Frau im Mittelalter. Ich erkläre dir, wie Frauen in Familie, Adel und Kirche lebten. Außerdem erhältste Informationen über ihre Rechte und Möglichkeiten in Bildung und Beruf. Im Mittelalter war die Rolle der Frau in der Familie oft untergeordnet. Sie war für den Haushalt, die Kindererziehung und die Versorgung des Ehemanns zuständig. In ländlichen Gebieten half sie auch bei der Landwirtschaft. Es war selten, dass Frauen rechtliche oder finanzielle Unabhängigkeit hatten. Frauen aus dem Adel hatten zwar mehr Privilegien, waren aber immer noch eingeschränkt. Sie konnten lesen und schreiben und hatten Zugang zu Bildung. Oftmals wurden sie jedoch in politischen Entscheidungen und in der Verwaltung von Ländereien nicht berücksichtigt. Ein Weg, dem traditionellen Frauenbild zu entkommen, war das Leben im Kloster. Als Nonnen konnten Frauen lesen, schreiben und sich mit Kunst oder Wissenschaft beschäftigen. Sie hatten mehr Autonomie, aber das klösterliche Leben war auch streng und entbehrungsreich. Heirat war im Mittelalter oft eine wirtschaftliche oder politische Entscheidung und nicht unbedingt eine Sache der Liebe. Frauen hatten meistens wenig Mitspracherecht bei der Wahl des Ehepartners. Mit Gift und Landbesitz spielten dabei eine große Rolle. Einige Frauen arbeiteten als Dienstmägde, Weberinnen oder sogar als Bierbrauerinnen. In manchen Fällen konnten sie sogar eigene Geschäfte führen. Aber ihre Möglichkeiten waren begrenzt und die Bezahlung oft geringer als bei Männern. Bildung war für Frauen im Mittelalter meistens nicht zugänglich. In Klöstern oder in adeligen Familien gab es Ausnahmen, aber allgemein hatten Frauen wenig Möglichkeiten, sich fortzubilden. Das änderte sich erst im späten Mittelalter ein wenig. Einige Frauen waren als Hebammen oder als Kräuterfrauen tätig. Sie besaßen oft umfangreiches Wissen über Heilpflanzen und natürliche Heilmittel. Doch ihre Tätigkeiten wurden nicht immer anerkannt und manchmal sogar als Hexerei verfolgt. Die katholische Kirche hatte großen Einfluss auf das Frauenbild. Frauen wurden oft als verführerisch und sündhaft dargestellt. Trotzdem gab es Heilige wie Hildegard von Bingen, die als Gelehrte und Mystikerin anerkannt wurden. Frauen hatten im Mittelalter nur eingeschränkte Rechte. Sie konnten nicht wählen und hatten nur beschränkten Zugang zu Eigentum oder Bildung. Erst in der Renaissance und in der frühen Neuzeit begannen sich die Rechte der Frauen langsam zu verbessern. Frauen hatten leider nicht so und fasten wegen der Schöne hier also auch auf der Schöne. Vielen Dank.